Hey! Wir waren gerade spazieren und da habe ich euer Auto gesehen. Ja. Ich würde dich die Kleine gern noch länger abnehmen, aber ich muss los. Ja, wir sind froh, dass du überhaupt Zeit hattest. Ach. Danke, Olli. Dafür nicht, die Kleine war ja super pflegeleicht. Aha. Bis bald. Tschüss. Danke, ich bin dann auch mal drüben. Okay. Ciao. Wartest du auf Besuch? Fällt aus, kannst dich gerne bedienen. Hast du nicht gesagt, Helena kommt zum Crunch? Helena? Dann war euer geheimnis Treffen im Park also erfolgreich? Na, das dachte ich zumindest. Wir wollten noch mal in Ruhe über alles reden. Aber wie du siehst, ist sie nicht da. Oh. Ja, und weißt du, warum sie nicht gekommen ist? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat ihr Bruder sie wieder zugelullt oder was weiß ich. Sie geht jedenfalls nicht mal ans Handy ran. Vielleicht gibt es dafür ja eine ganz harmlose Erklärung. Ach ja? Na? Ja. Sie hat eine Autopanne und steckt im Funkloch. Stimmt. Kann doch sein. Untersteh dich. Vielleicht kommt sie ja doch noch. jong zu dir. Schönen Sie sich auf dich. Schönen Sie sich auf dich? Schönen Sie sich auf dich. Ich bin, ich bin jetzt schon ganz klar. Und du hast dich. Es gibt noch ein bisschen am seven.